Der Sturmzauber Ein Schiffsjunge war den ganzen Sommer über mit einem Kapitän auf Reisen gewesen. Aber als sie sich zur Herbstausreise rüsteten, wurde er unruhig und wollte nicht mit. Der Kapitän konnte ihn gut leiden, denn, obgleich er noch ein blut junger Bursche war, wusste er an Bord doch recht gut Bescheid. Er war ein großer und starker Kerl und scheute sich nicht, gehörig mit Hand anzulegen, wenn es darauf ankam. Er schaffte fast wie ein Vollmatrose und brachte mit seiner Lustigkeit Leben in die ganze Besatzung. Deshalb wollte ihn der Kapitän nur ungern entbehren. Aber der Junge hatte schlechterdings keine Lust, im Herbst auf den blauen Teich zu gehen. Doch wollte er an Bord bleiben, bis sie geladen hätten und segelfertig wären. Eines Sonntags, als die Mannschaft an Land war und der Kapitän bei einem Waldbauern kleines Bauholz und Scheite als Decklast einhandeln wollte, vermutlich auf eigene Rechnung, sollte der Bursche das Schiff bewachen. Aber das müsst ihr wissen, dass er ein Sonntagskind war und ein vierblättriges Kleeblatt gefunden hatte. Deshalb war er hellsehend. Er konnte die Unsichtbaren sehen, aber sie konnten ihn nicht sehen. Wie er nun so in der Vorkajüte saß, hörte er innen sprechen. Er schaute durch einen Spalt und sah drei kohlschwarze Raben innen auf den Decksbalken sitzen, und die sprachen über ihre Männer. Alle waren sie ihrer überdrüssig und dachten auf ihren Tod. Man sah gleich, dass es Hexen waren, die andere Gestalt angenommen hatten. Aber ist doch gewiss keiner hier, der uns zuhören könnte, sagte eine dieser Krähen. Der Bursche hörte an der Sprache, dass es die Frau des Kapitäns war. Nein, du siehst es ja, sagten die anderen, und das waren die Frau des ersten und die des zweiten Steuermanns. Hier ist keine Menschenseele an Bord. Also will ich es sagen. Ich weiß eine gute Art, sie loszuwerden, sagte die Kapitänsfrau wieder und hüpfte näher zu den beiden anderen hin. Wir wollen uns in drei Sturzwellen verwandeln und sie über Bord spülen und das Schiff mit Mann und Maus zum Sinken bringen. Das gefiel den anderen auch, und sie saßen lange und sprachen über den Tag und das Fahrwasser. Aber es kann uns doch gewiss keiner hören, sagte die Kapitänsfrau noch einmal. Das weißt du ja, sagten die beiden anderen. Ja, denn es gibt ein Mittel dagegen, und wenn das gebraucht wird, so geht es uns schlecht. Dann kostet es uns nicht weniger als Leib und Leben. Was ist das denn für ein Mittel, Schwester? fragte die eine Steuermannsfrau. Ist es auch gewiss wahr, dass niemand uns zuhört? Ich meine, es rauchte jemand in der Vorkajüte. Du weißt doch, wir haben in jeden Winkel geschaut. Sie haben nur vergessen, das Feuer in der Kombüse ausgehen zu lassen, deshalb raucht es, sagte die Steuermannsfrau. Also sag nur. Wenn Sie drei Klafter Birkenholz kaufen, sagte die Hexe, aber das Maß muss vollgemessen sein und Sie dürfen nicht darum feilschen. und Sie werfen das eine Klafter Stück für Stück ins Wasser, wenn die erste Sturzwelle kommt und das zweite Klafter Stück für Stück, wenn die zweite kommt und das dritte Klafter Stück für Stück, wenn die dritte kommt. So ist es aus mit uns. Ja, das ist wahr, Schwester. Dann ist es aus mit uns. Dann ist es aus mit uns, sagten die Steuermannsfrauen. Aber es weiß ja keiner, riefen sie und lachten laut und damit flogen sie zur Loki hinaus und schrien und krächzten wie die Raben. Als es an die Ausreise ging, wollte der Schiffsjunge um keinen Preis der Welt mit. Was auch der Kapitän ihm zuredete und versprach, es half nichts. Er wollte um keinen Preis mit. Schließlich fragten sie, ob er sich fürchte, weil es auf den Herbst zugehe und sich lieber hinter den Ofen in Mutters Schürze verkriechen wolle. Nein, sagte der Bursch, Angst habe er nicht und sie hätten wohl noch nie solche Landrattenstreiche von ihm gesehen. Das wolle er ihnen auch zeigen, denn nun gehe er mit, aber das wolle er sich ausbedingen, dass drei vollgemessene Klafter Birkenholz gekauft würden und dass er an einem bestimmten Tag kommandieren dürfe, als sei er selbst der Kapitän. Der Kapitän fragte, was das für eine Narretai sei und ob er jemals gehört hätte, dass man einem Schiffsjungen das Kommando eines Schiffes anvertraut habe. Aber der Junge antwortete, das sei ihm gleich. Wenn sie nicht die drei Klafter Birkenholz kaufen und ihm gehorchen wollten, als sei er der Kapitän nur einen einzigen Tag lang, den Tag solle der Kapitän und die Mannschaft im Voraus zu wissen bekommen, so werde er das Schiff mit keinem Fuß mehr betreten und noch viel weniger würde er dort jemals wieder Pech oder Tee an die Hände bekommen. Dem Kapitän kam die Sache kurios vor, aber schließlich gab er nach, weil er den Burschen mithaben wollte. Und er dachte sich auch wohl, er werde wieder zu Verstand kommen, wenn sie erst einmal unterwegs wären. Der Steuermann war derselben Ansicht. Lass ihn nur ruhig kommandieren. Wenn es gar zu Schiff geht, so werden wir ihm schon helfen, sagte er. Also wurde das Birkenholz gekauft, voll gemessen und ungefeilscht und sie stachen in See. Als der Tag anbrach, an dem der Schiffsjunge kommandieren soll, war das Wetter ruhig und schön. Aber er trommelte die ganze Mannschaft heraus und ließ die ganzen Segel bis auf ein winziges Stückchen reffen. Der Kapitän und die Mannschaft lachten dazu und sagten, »Da kann man sehen, was für einer das Kommando hat. Sollen wir nicht auch noch das letzte Segel reffen?« »Noch nicht«, sagte der Schiffsjunge, »aber in einer kleinen Weile.« Da kam auf einmal eine Böe daher und gleich so heftig, dass sie glaubten, sie würden kentern und wenn sie nicht die Segel gerefft hätten, so wären sie ohne Zweifel untergegangen, als die erste Sturzwölle über das Schiff brauste. Der Bursche befahl, sie sollten das erste Klaff der Birkenholz über Bord werfen, aber Stück für Stück eins nach dem anderen, niemals zwei. Und die anderen zwei Klaffler dürften sie nicht anrühren. Jetzt gehorchten sie ihm aufs Wort und lachten nicht mehr, sondern warfen Stück für Stück das Birkenholz hinaus. Als das letzte fiel, hörten sie einen Stöhnen wie von einem, der mit dem Tode ringt. Und da war die Böe schon vorbei. »Gott sei Dank«, sagte die Besatzung, und der Kapitän sagte, »das will ich aber der Reederei zu wissen tun, dass du Schiff und Ladung gerettet hast.« »Das ist schon recht, aber wir sind noch nicht fertig«, sagte der Bursche, »es kommt noch viel schlimmer.« Und er hieß sie jeden Fetzen festbinden, auch den Rest von dem großen Marssegel. Die zweite Böe kam noch gewaltiger als die erste, und sie war so böse und heftig, dass die ganze Besatzung Angst hatte. Als es am schlimmsten war, sagte der Bursche, sie sollten nun das zweite Klafter über Bord werfen. Und sie warfen Stück für Stück hinaus und gaben wohl Acht, dass sie nichts vom dritten Klafter nahmen. Als das letzte Stück fiel, hörten sie wieder ein tiefes Stöhnen. Und dann wurde es ruhig. »Nun kommt noch ein Ansturm, und das ist der Schlimmste«, sagte der Bursche und kommandierte jeden auf seinen Posten. Unterm Schiff war kein Tau mehr los. Die letzte Böe kam noch viel heftiger als die beiden ersten. Das Schiff legte sich über, dass sie glaubten, es würde sich nicht mehr aufrichten, und die Sturzwelle ging über das Deck. Aber der Bursche ließ das letzte Klafter Holz über Bord werfen, Stück für Stück und nicht zwei auf einmal. Als das letzte Holzstück fiel, hörten sie ein tiefes Stöhnen wie von einem, der einen schweren Tod stirbt. Und als es ruhig wurde, war die ganze See mit Blut gefärbt, soweit sie sehen konnten. Als sie an Land kamen, sprachen der Kapitän und der Steuermann davon, dass sie an ihre Frauen schreiben wollten. »Das könnt ihr ruhig bleiben lassen«, sagte der Schiffsjunge. »Ihr habt ja doch keine Frauen mehr.« »Was faselst du da, du Grünschnabel? Haben wir denn keine Frauen?« sagte der Kapitän. »Oder hast du sie am Ende gar umgebracht?« sagte der Steuermann. »Nein, das haben wir alle zusammen besorgt«, gab der Junge zur Antwort. Und er erzählte, was er an jenem Sonntag, als er das Schiff bewachte, gehört und gesehen hatte, als die Mannschaft an Land war und der Kapitän bei dem Holzbauern extra Fracht einhandelte. Als sie heimkamen, erfuhren sie, dass ihre Frauen am Tage vor dem Unwetter verschwunden seien. Und seitdem hatte niemand etwas von ihnen gesehen oder gehört. Die Zauberäpfel Es war einmal ein Bursche, der tat es immer allen anderen vor. Es fehlte ihm auch nie an Geld und das kam daher, dass er einen Beutel hatte, der nie leer war. Nie fehlte es ihm an Nahrung, denn er hatte ein Tuch und sobald er das ausbreitete, bekam er alles, was er wollte, essen und trinken. Dazu hatte er noch einen Wünschelhut, wenn er den aufsetzte, konnte er sich wünschen, wohin er wollte und zugleich war er dort. Nur an einem Ding fehlte es ihm noch. Er hatte keine Frau und nun kam er allmählich in die Jahre, wo er sich hätte eilen müssen. Aber als er so eines Tages trübselig dahin ging, fiel es ihm ein, sich zu der schönsten Königstochter in der Welt zu wünschen. Kaum hatte er es gedacht, war er schon dort. Und es war ein Land, das er noch nie erblickt hatte und eine Stadt, in der er noch nie gewesen war. Und der König hatte eine Tochter, so schön, wie er noch nie etwas gesehen hatte und die wollte er auf der Stelle haben. Aber sie wollte gar nichts von ihm wissen und war sehr hochmütig. Schließlich war er ganz verzweifelt und so kam er außer sich, dass er nicht mehr sein konnte, wo sie nicht war. Da nahm er seinen Wünschelhut und wünschte sich ins Schloss. Er wolle Adieu sagen, sagte er. Und sie gaben sich die Hand. Ich wollte, wir wären weit über dem Ende der Welt, sagte der Bursch und da waren sie dort. Sie setzten sich, um zu ruhen, unter einen Baum. Es war in einem großen Wald, aber die Königstochter weinte und bat, ob sie nicht wieder heim dürfe. Er könne alles Silber und Gold, das im Schloss sei, dafür haben. Ich habe selber genug Geld, sagte der Bursch und schüttelte seinen Beutel, dass das Geld nur so herumrollte. Er dürfte jeden Tag an der königlichen Tafel sitzen und von den besten Speisen essen und von den feinsten Wein trinken, sagte sie. Ach, ich habe selber Essen und Trinken genug, sagte der Bursch und breitete gleich sein Tuch aus. Sieh, du magst dich zu Tische setzen, sagte er. Da stand ein Tisch, gedeckt mit dem Besten, was man sich wünschen kann. Selbst der König führte keine so feine Tafel. Als sie gegessen hatten, sagte die Königstochter, Ach, schau doch die schönen Äpfel da oben an dem Baum. Wenn du brav wärst, holtest du mir ein paar herunter. Der Bursche, nicht faul, kletterte hinauf. Aber er hatte das Tuch und den Beutel vergessen und die nahm sie an sich. Und als er die Äpfel hinunterschütteln wollte, fiel ihm der Hut hinab. Den setzte sie sich auf und wünschte sich heim in ihr eigenes Zimmer. Und strax war sie auch dort. Das hättest du wissen sollen, sagte sich der Bursche und teilte vom Baum herunter. Er fing an zu weinen und wusste sich gar nicht zu helfen. Als er so da saß, versuchte er die Äpfel, die er hinuntergeworfen hatte. Kaum hatte er recht versucht, so hatte er ein kurioses Gefühl im Kopf und als er recht zusah, da hatte er Hörner. Nun kann es ja nichts mehr schaden, sagte er und aß ruhig weiter von den Äpfeln. Aber auf einmal war das Horn weg und er war wie früher. Auch gut, sagte der Bursche. Damit steckte er die Äpfel ein und machte sich auf die Suche nach der Königstochter. Er zog von Stadt zu Stadt und segelte von Land zu Land, aber es war eine weite Reise und dauerte über Jahr und Tag und noch länger. Aber eines Tages kam er doch hin. Es war ein Sonntag und er erfragte, dass die Königstochter in der Kirche sei. Da setzte er sich mit seinen Äpfeln vors Kirchentor und gab sich als Handelsmann aus. Äpfel von Damaskus, Äpfel von Damaskus, schrie er. Da kam auch schon die Königstochter und hieß ihr Mädchen gehen und schauen, was der fremde Handelsmann schönes Pfeil habe. Ja, das sei ein Äpfel von Damaskus. Was hat man von den Äpfeln Gutes? fragte das Mädchen. Klugheit und Schönheit, sagte der Kaufmann und das Mädchen kaufte. Als die Königstochter von den Äpfeln gegessen hatte, bekam sie Hörner. Und da war ein so jämmerliches Klagen im Schloss, ja, dass es ein echter Jammer war. Und sie schlugen das Schloss schwarz aus und ließen im ganzen Reich von allen Kanzeln verkünden, wer der Königstochter helfen könne, der solle sie und das halbe Königreich dazu bekommen. Da kam Hinz und Kunz und die besten Ärzte im Land. Aber keiner konnte helfen. Und da kam eines Tages ein fremder Doktor von weit her an den Hof. Er sei nicht aus dem Lande, sagte er, und habe extra die lange Reise gemacht, nur um sein Heil hier zu versuchen. Aber er müsse mit der Königstochter allein sein, sagte er, und das wurde ihm erlaubt. Die Königstochter erkannte ihn und wurde rot und blass. Wenn ich dir jetzt helfe, willst du mich dann heiraten? fragte der Bursch. Und ja, das wollte sie. Da gab er einen von den Wunderäpfeln und da waren die Hörne nur noch halb so groß. Mehr kann ich nicht tun, bevor ich nicht auch mein Hut und mein Tuch und meinen Beutel wieder habe, sagte er. Da holte sie ihm die Sachen herbei. Da gab er ihr noch ein Wunderapfel und da waren die Hörner nur noch ganz winzig kleine Hörnchen. Jetzt kann ich nicht weitermachen, ehe du nicht schwerst, treu zu sein, sagte er. Das schwor sie ihm. Aber als sie den dritten Apfel bekam, wurde ihre Stirn wieder ganz glatt und sie war noch schöner als in früheren Tagen. Da war die Freude groß im Schloss. So richteten sie die Hochzeit zu mit Backen und Brauen und luden Leute aus Ost und West dazu ein. Da tranken sie und waren froh und guter Dinge und wenn sie nicht aufgehört haben, so sind sie es noch heute. Die Trollhochzeit Es war einmal in einem Sommer vor langer, langer Zeit, da zogen die Leute von Melbusstadt mit der Herde zur Alm. Aber sie war noch nicht lange oben, da fingen die Tiere an so unruhig zu werden, dass es rein unmöglich war, sie in Ordnung zu halten. Zwar probierten viele Mädchen sie zu hüten, aber es wurde nicht besser. Bis eine kam, die versprochen war und der Verspruch war kürzlich gefeiert worden. Da wurden sie auf einmal ruhig und es war auf einmal auch ganz leicht, sie zu hüten. Das Mädchen blieb allein oben und hatte kein anderes Wesen bei sich als einen Hund. Als sie nun eines Nachmittags in der Hütte saß, da schien es ihr, als ob ihr Schatz käme und sich neben sie setzte und davon anfing, dass sie jetzt Hochzeit machen wollten. Aber sie blieb ganz still sitzen und gab keine Antwort, denn es kam ihr sehr wunderlich vor. Nach und nach kamen immer mehr und immer mehr Leute hinein und die begannen die Tische mit Silberzeug zu decken und Speisen aufzutragen und die Brautjungfern brachten die Krone und den Schmuck und ein schönes Brautkleid und das zogen sie ihr an und die Krone setzten sie ihr auf, wie es damals Brauch war und die Ringe steckten sie an die Finger. Es schien ihr auch, als ob sie alle die Leute kannte, die da waren. Da waren die Frauen vom Dorf und die Mädchen, die ihr im gleichen Alter waren. Aber der Hund hatte wohl gemerkt, dass da etwas nicht ganz geheuer war. Er rannte in langen Sätzen hinunter nach Melbusstadt und heulte und bellte ganz erbärmlich und ließ den Leuten keine Ruhe, bis man ihm folgte. Der Bursche, die er liebster war, nahm seine Flinte und stieg hinauf auf die Alm. Aber als er in die Nähe kam, da stand rundherum eine Menge gesattelter Pferde. Er schlich sich an die Hütte und schaute durch einen Spalt in der Tür und sah, wie sie alle drin beisammen saßen. Es war ganz klar, dass das Trolle und Unterirdische waren und deshalb feuerte er seine Büchse über das Dach ab. In dem Augenblick flog die Tür auf und ein graues Garnknäuel größer als das andere schoss heraus und schnurrte ihm um die Beine. Als er hineinkam, da saßen sie im vollen Brautstaat und es fehlte nur noch ein Ring am kleinen Finger. So wäre sie fertig gewesen. Aber um Himmels Willen, was ist hier denn los? fragte er, als er sich umsah. Alles Silberzeug stand noch auf dem Tisch, aber all die schönen Speisen waren zu Moos und Pilzen und Kuhmist und Kröten und Fröschen und der Leih geworden. Was bedeutet das denn alles? sagte er. Du sitzt ja da im Staat wie eine Braut. Wie kannst du nur fragen? sagte das Mädchen. Du hast ja selbst hier gesessen und von der Hochzeit gesprochen den ganzen Nachmittag. Nein, ich bin ja eben erst gekommen, sagte er. Das muss wohl einer gewesen sein, der meine Gestalt angenommen hat. Da kam das Mädchen allmählich wieder zu sich selbst, aber erst nach langer Zeit kam sie ganz zu Verstand und sie erzählte, dass sie steif und fest geglaubt habe, er selbst und die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft sei da gewesen. Er nahm sie gleich mit an das Dorf und damit sie kein solches Teufelszeug mehr zu fürchten hätte, hielten sie Hochzeit, während sie noch den Brautstaat der Unterirdischen anhatte. Die Krone und der ganze Schmuck wurden in Melbustadt aufgehängt und sollen heutigen Tags noch immer dort hängen. Hexe Pfarrerin Es war einmal ein Pfarrhaus in einem Dorf bei Christiansand, wo man gar keine Dienstboten behalten konnte. Wenn sie noch so starke und rüstige Leute nahmen, so kamen sie von Kräften und wurden elend, wenn sie eine Weile da waren. Sie wurden gemütskrank und sonst leidend und auch das Essen schlug ihnen nicht an. Aber einmal kam ein Bursche hin, dem ging es besser, denn seine Mutter wohnte in der Nähe und bei der war er und er hielt dann und wann etwas fremdes Essen. Aber in der Julnacht verspürte er ein wunderliches Reißen und Zucken im Kopf und in den Gliedern und als er erwachte war er in Schweiß gebadet und er war so müde und matt, als ob er eine schwere Arbeit getan hätte. Der Bursche war in diesem Jahr viel zu Hause bei seiner Mutter. Er meinte, das Essen schmecke viel besser da und er blieb prächtig und bei Kräften. Als es auf die Julzeit zuging, nahm er sich vor, in der Julnacht nicht wieder dort zu schlafen. Aber er konnte nicht dagegen ankämpfen. In der Nacht verspürte er wieder dasselbe Reißen und Zucken im Kopf und in den Gliedern genauso wie das letzte Mal. Und als er aufwachte, war er wieder so matt und abgearbeitet, dass der Schweiß nur so tropfte. Abermals ging ein Jahr ins Land und er blieb prächtig bei Kräften. Aber als die Julnacht kam, setzte er sich in die Gesindestube an den Tisch mit etwas Brandwein vor sich, denn das gab es um die Julzeit im Pfarrhaus in Hülle und Fülle und er wollte auf keinen Fall einschlafen. Aber so sehr er auch dagegen kämpfte, er schlief doch ein, als es gegen zwölf Uhr ging und er verspürte wieder dasselbe Reißen und Ziehen. Er wollte furchtbar gerne aufwachen, aber er konnte nicht, so sehr er sich auch anstrengte und meinte, des Schlafes Herr werden zu können. Schließlich erwachte er wirklich und da stand er im Schnee vor einer Kirche. Vor seinen Füßen lag ein Zaum und um ihn herum standen die verschiedensten gesattelten Pferde. Er wunderte sich darüber und da er Licht in den Kirchenfenstern sah und hörte, dass Leute darin waren, so kletterte er hinauf und schaute durch das Fenster. Da sah es aus wie in einer Besuchsstube. Es war so voll von Hexen, dass es nur so wimmelte und die ersten und vornehmsten in der Versammlung waren die Pfarrerin und eine böse Frau, die an einem Bach in der Nähe des Pfarrhauses wohnte. Aha, also so steht es, dachte sich der Bursche, kletterte vorsichtig hinunter und stellte sich wieder an seinen Platz. Und als die Frau herauskam, war für ihr die Halfter über den Kopf und da war sie auf einmal eine schwarze Stute. Er war nicht faul aufzusteigen, es ging auf und davon und er schonte weder Spahn noch Zügel. Als sie heimkam, stellte er die Stute in den Stall und band sie fest. Aber er hütete sich wohl, ihr die Halfter abzunehmen und dann ging er hinein und legte sich schlafen. Am Morgen in der Früh ging der Pfarrer in die Kirche, um die Frühpredigt zu halten und merkte nicht, dass die Pfarrerin nicht da war. Doch als sie noch nicht da war, als er aus der Kirche kam, fragte man in der Nachbarschaft nach ihr, aber es war keiner da, der die Pfarrerin gesehen hatte und man fragte weiter durch das ganze Dorf. Aber nein, niemand hatte sie gesehen oder wusste etwas von ihr und der Bursche sagte, nur Geduld, sie wird schon kommen. Als er in den Stall kam, stand da eine Stute, die zerrte an der Halfter, stampfte gegen ihren Verschlag und schlug mit den Hinterbeinen an die Wand, als ob sie den ganzen Stall umrennen wolle. Aber der Bursche kümmerte sich weder um das eine noch um das andere. Er sah überhaupt nicht hin. Der Pfarrer hatte sich schon mehrmals an ihn herangemacht und wollte wissen, wo seine Frau sei. Aber er rückte nicht mit der Sprache heraus und entgegnete nur, sie werde schon wiederkommen. Du wirst wohl etwas von ihr wissen oder wo sie ist, weil du so gewiss sagen kannst, dass sie wiederkommt. Und jetzt will ich haben, dass du mir Rede und Antwort stehst, die Sache mag sein, wie sie will. Tja, wenn ihr es denn haben wollt, so will ich es wohl sagen, Vater, sagte da der Bursche. Das ist ja eine nette Frau, die Eurige. Jetzt will ich euch zeigen, wie sie beschaffen ist. Und damit führte er den Pfarrer in den Stall. Was sagst du da? Ist sie im Stall? sagte der Pfarrer. Da steht sie, sagte der Bursche. Der Pfarrer wunderte sich, denn diese Stute hatte er noch nie gesehen. Und sie stand da und stampfte gegen den Verschlag, dass die Splitter nur so flogen und war so wild, dass ihr der Schaum vor dem Maul stand. Geht nur hinein und nehmt ihr die Alfter ab, sagte der Bursche. Das tat der Pfarrer. Und wie die Alfter weg war, stand die Pfarrerin da in heller Wut und wollte den Burschen in die Haare fahren. Altfrau, sagte der Pfarrer, jetzt gibt's einen anderen Tanz. Der Bursche erzählte alles, aber die Pfarrerin leugnete und sagte, jedes Wort sei erlogen. Da holten sie das Bettelweib vom Bach und versprachen ihr, sie solle mit dem Leben davon kommen, wenn sie Buße tun wolle und gestehen, was für Hexen im Dorf seien. Als sie das hörte, besann sie sich eine Weile, aber dann nannte sie noch acht außer sich selbst und erzählte, was sie alles getrieben hätten und dass der Herr Urian mit der Pfarrerin den Tanz angeführt hätte in der Kirche und auf dem Johannesberg. Als das alles ans Licht kam, wurden sie in Gewahrsam genommen und bei der Obrigkeit verklagt und das Urteil war, dass sie alle acht verbrannt werden sollten. Da bauten die Leute eine viereckige Mauer und schichteten Holz darunter auf und legten Feuer daran. Die Hexen setzten sie oben auf die Mauer und schoben sie hinunter ins Feuer, eine nach der anderen. Als die Pfarrerin hinauf sollte, war sie so wild und wütend, dass sie fast geborsten wäre, weil sie dem Burschen nichts antun konnte. Aber es gab kein Pardon, sie musste hinauf. Tja, das hilft nichts, sagte der Pfarrer. Das Recht muss seinen Gang gehen. Jetzt geht es dir auch an den Kragen, denn du bist die Schlimmste von allen gewesen. Da schafften sie sie die Mauer hinauf. Aber sie sagte, wenn sie gewusst hätte, dass der Tanz ein solches Ende nehmen werde, so hätte sie dafür gesorgt, dass der Teufel auch den Pfarrer in die Klauen bekommen hätte. Aber jetzt ist's mir gleich, sagte sie. Ich pfeife auf euch und euer windiges Feuer. Und damit zog sie ein graues Garnknäuel heraus, warf das Ende gegen den Himmel hinauf und kletterte an dem Faden in die Höhe wie eine Katze. Und seit der Zeit hat man nichts mehr von ihr gesehen. Die Trollfrau Vor langen, langen Jahren wohnten einmal zwei alte, wohlhabende Leute auf einem Hof oben im Hadeland. Die hatten einen Sohn, der war Dragoner und ein großer, hübscher Kerl. Im Gebirge hatten sie eine Alm und die war nicht wie die meisten Sennenhütten, sondern schön und solide gebaut und hatte sogar einen Schornstein und ein Dach und Fenster. Da oben wurde den ganzen Sommer über gehaust. Aber wenn sie im Herbst heimzogen, so merkten die Holzhauer und die Jäger und die Fischer und wer sonst um diese Zeit im Wald zu tun hatte, dass das Bergvolk da sein Wesen trieb mit seiner Herde. Und bei denen war ein Mädchen, die war so wunderschön, wie sie niemals etwas Ähnliches gesehen hatten. Davon hatte der Sohn oft gehört und in einem Herbst, als sie von der Alm schon zu Hause waren, da zog er seine volle Uniform an, sottelte sein Dienstpferd, steckte seine Pistolen in die Satteltasche und so ritt er hinauf. Als er gegen die Alm zukam, da brannte in der Sennenhütte ein solches Feuer, dass es über alle Wege hin leuchtete. Und da merkte er wohl, dass die Bergleute darin waren. Da band er sein Pferd an eine Tanne, nahm eine Pistole aus der Satteltasche und schlich an die Hütte heran und schaute durchs Fenster. Darin saßen ein alter Mann und eine Frau, die waren ganz krumm und zusammengeschrumpft vor Alter und so unerhört hässlich, wie er nie etwas in seinem Leben gesehen hatte. Aber es war auch ein Mädchen dabei und die war so wunderschön, dass er sich strax in sie verliebte und meinte, er könne nicht leben ohne sie. Alle hatten Kuhschwänze und das schöne Mädchen auch. Er konnte sehen, dass sie eben erst gekommen waren, denn es war noch alles in Unordnung. Das Mädchen war dabei, den alten Hässlichen zu waschen und die Frau machte Feuer unter dem großen Käsekessel am Herd. In dem Augenblick stieß der Dragoner die Tür auf und schoss gerade über dem Kopf des Mädchens seine Pistole ab, so dass sie zu Boden taumelte. Aber da wurde sie auf einmal so hässlich, wie sie zuvor schön gewesen war und eine Nase bekam sie so lang wie ein Pistolenfutteral. »Jetzt kannst du sie nehmen, jetzt gehört sie dir«, sagte der alte Mann. Aber der Dragoner war wie festgewachsen. Wo er stand, da stand er und konnte keinen Schritt tun, weder vor noch rückwärts. Da fing der alte an, das Mädchen zu waschen und da wurde sie ein bisschen ansehnlicher. Die Nase war nur noch halb so groß und der hässliche Kuhschwanz wurde hinaufgebunden. Aber schön war sie nicht, das hätte nur ein Lügner behaupten können. »Nun gehört sie dir, mein stolzer Dragoner, setz ihn nun vor dich aufs Pferd und reite in die Stadt und halte Hochzeit mit ihr. Aber für uns kannst du in der Kleinkammer im Backhaus decken, denn wir wollen nicht mit der übrigen Hochzeitsgesellschaft zusammen sein«, sagte das alte Scheusal ihr Vater. »Aber wenn der Teller umgeht, kannst du auch bei uns vorsprechen.« Er wagte nichts anderes zu tun und nahm sie mit sich vor sich auf das Pferd und richtete die Hochzeit her. Aber bevor sie zur Kirche ging, bat die Braut eine von den Brautjungfern, sie möchte sich gut hinter sie stellen, damit niemand sie sehen könnte, wie ihr Schwanz abfiele, wenn der Priester ihre Hände zusammenlegte. Also wurde die Hochzeit gefeiert und als der Teller umging, ging der Hochzeiter hinaus in die Kammer, wo für die alten Leute vom Berg gedeckt war. Diesmal sah er dort nichts, aber als die Hochzeitsgäste gegangen waren, lag so viel Gold und Silber da und ein solcher Haufen Geld, wie er noch niemals beisammengesehen hatte. Nun ging es lange Zeit schön und gut. Jedes Mal, wenn Gäste da waren, deckte die Frau für die alten Leute draußen in der Kammer und jedes Mal lag so viel Geld da, dass sie bald nicht mehr wussten, was sie damit anfangen sollten. Aber hässlich war sie und hässlich blieb sie und er war ihrer herzlich überdrüssig. So konnte es nicht ausbleiben, dass er zuweilen böse war und ihr mit Schlägen und Püffen drohte. Einmal wollte er in die Stadt und da es Herbst und schon gefroren war, so sollte das Pferd erst noch beschlagen werden. Also ging er in die Schmiede, denn er war selbst ein tüchtiger Schmied, aber wie er es auch anstellte, so war das Hufeisen entweder zu groß oder zu klein und wollte durchaus nicht passen. Er hatte kein anderes Pferd zu Hause und mühte sich ab bis zum Mittag und bis in den Nachmittag hinein. Wirst du denn niemals mit dem Beschlagen zu Streich kommen, sagte die Frau. Du bist schon kein sonderlich guter Mann, aber du bist noch ein viel schlechterer Schmied. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich selbst in die Schmiede gehe und das Pferd beschlage. Dieses Eisen ist zu groß, das müsstest du kleiner machen und dieses hier ist zu klein, das müsstest du größer machen. Sie ging in die Schmiede und das Erste, was sie tat, war, dass sie das Hufeisen in beide Hände nahm und gerade bog. Da schau her, sagte sie, so musst du es machen. Damit bog sie es wieder zusammen, als ob es aus Blei wäre. Jetzt halte das Bein her, sagte sie, und das Hufeisen passte so aufs Haar, dass der beste Schmied es nicht besser hätte machen können. Du hast ja ganz gehörige Kräfte in den Fingern, sagte der Mann und schaute sie an. Meinst du, gab sie zur Antwort, wie glaubst du denn, dass es mir gegangen wäre, wenn du solche Kräfte hättest? Aber ich hab dich viel zu lieb, als dass ich meine Kräfte gegen dich gebrauchen sollte, sagte sie. Tja, und von diesem Tag an war er der beste Ehemann überhaupt. Das waren einige der schönsten Märchen aus Norwegen von Klara Ströbe. Wenn sie dir gefallen haben und du meinen Kanal unterstützen willst, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020